Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshua und ich beschäftige mich heute wieder mit Windows 10. In diesem zweiten Tutorial soll es um die Taskleiste und den Infobereich gehen. Und bevor wir das machen, möchte ich den Hintergrund, den ich hier nur als dieses blaue Windows-Fenster habe, ein wenig verschönern. Und wie machen wir das? Wir gehen wieder in den Bereich Einstellungen und wählen einfach ein anderes Bild aus. Da habt ihr schon ein paar vorgegeben, könnt natürlich auch auf eurem Computer suchen. Und ich habe mich jetzt hier für den Blade Runner entschieden und könnt so euren Hintergrund verändern. Eine zweite Variante, die ich jetzt ganz kurz zeigen möchte, ist die Wallpaper Engine von Steam. Ihr ladet euch bei Steam die Wallpaper Engine und könnt dann zugreifen auf animierte Hintergründe. In diesem Fall habe ich eine ausgesucht, die euch vielleicht dann passt, wenn ihr auf eure irdischen Probleme aus einer kosmischen Perspektive herunterschauen wollt. Ja, gibt es viele andere, lasse ich jetzt mal für die Session an. Gut, die Taskleiste. Worum geht es bei der Taskleiste? Dieses Ding hier soll euren Workflow verbessern, indem ihr jederzeit von der Taskleiste aus an eure Programme rankommt, an eure Dokumente rankommt und so effizienter arbeiten könnt, als würdet ihr euch das immer aus einem Dateimanager heraussuchen. Ja, dann kommen wir zur ersten Frage, wie bringe ich denn ein Programm auf die Taskleiste? Das ist ziemlich simpel. Nehmen wir jetzt diese kleine App hier, Kurznotizen, einfach herunterziehen. Zack, da ist sie. Könnt ihr anklicken. Und hier we go. So simpel ist das. Etwas weniger simpel ist es, wenn ihr Ordner auf die Taskleiste ziehen wollt oder Dokumente. Da gibt es einen kleinen Umweg. Ich zeige das mal an dem Beispiel. Ich zeige das mal an diesem Video, das ich jetzt auf die Taskleiste ziehen will. Wenn ich das einfach nur runterziehe, passiert gar nichts. Das wird nicht klappen. Ich muss folgende Schritte einhalten. Ich sage Verknüpfung erstellen. Dann bei dieser Verknüpfung gehe ich auf die Eigenschaften, setze das Ziel in Anführungszeichen. Klack. Und setze vor das Ziel den Begriff Explorer. Leerschlag. Ich kann mir jetzt auch noch ein anderes Symbol überlegen. Nehmen wir mal. Das ist eine Menge Symbole, die ich hier habe. Nehmen wir einfach mal den Baum hier. Sage OK. So. Und jetzt habt ihr hier die Möglichkeit, wenn ihr mit der rechten Maus drauf geht, an die Taskleiste anheften. Ja, und wenn ich jetzt hier draufklicke, öffnet sich das Video. Und ihr habt jederzeit Zugriff auf Dokumente, auf Ordner, egal was ihr da wählt. Das heißt, es ist immer derselbe Ablauf. Ich zeige das noch einmal. Nehmen wir mal bei den Bildern. Nehmen wir mal jetzt das Beispiel. Ich will den Ordner, gespeicherte Bilder, an die Taskleiste anheften, gehe auf Verknüpfung erstellen mit der rechten Maus. Dann hier nochmal rechte Maus, Eigenschaften, setze Explorer davor, Leerschlag und dann ist das Ziel schon in Anführungsstrichen. Sage OK. Und ziehe mir das auf die Taskleiste runter oder auch mit der rechten Maus kann ich es wieder an die Taskleiste anheften. Ja, und wenn ich das jetzt aufmache, macht das hier zu, macht das jetzt auf, dann öffnet mir der Explorer das gleich in diesem Ordner. Also, ziemlich coole Sache. Ich löse das mal. Noch eine andere Geschichte ist, ihr könnt natürlich die Ordner in eurer Taskleiste hin und her schieben, beziehungsweise die Icons, so wie ihr das für richtig haltet. Auch das ist recht praktisch. Und noch ganz kurz zu diesen Markierungen. Die mit einem blauen Balken unterlegten Markierungen sind aktiv. Zum Beispiel hier, seht ihr das, das ist mein Einstellungsfenster, ist aktiv. Und jetzt ist es sogar geöffnet. Das heißt, es ist jetzt auch noch hell hinterlegt. Und wenn ich das ausschalte, dann verschwindet es. Würde ich mir die Einstellung hier auf die Taskleiste legen, würde das denn permanent bleiben. Und ja, wozu ist das wichtig? Das ist deshalb ganz spannend oder nützlich, sage ich mal, weil wenn ihr sehr viele Dokumente und Applications geöffnet habt, die gleichzeitig bearbeitet, verliert man schnell den Überblick und dafür ist dann diese Taskleiste optimal. Ein weiteres, finde ich spannendes Tool, ist die Schnellstartfunktion, beziehungsweise Aktivierung mit einem Tastenkürzel zu initiieren. Und zwar ist es immer die Windows-Taste, das heißt also, die neben der Steuerungstaste und eine Zahl. Nehmen wir mal Windows 1, klicke ich jetzt an. Und dann geht der Explorer auf. Wenn ich Windows 2 anklicke, geht Firefox auf. Klicke ich Windows 3, geht der Taskmanager auf. Also ihr seht, worauf das hinausläuft. Dann kommen wir zum nächsten Aspekt der Taskleiste, nämlich die sogenannte Sprungliste. Was ist eine Sprungliste? Ich hatte das im ersten Tutorial schon angedeutet. Eine Sprungliste ist beispielsweise das hier. Ich klicke mit der rechten Maus auf mein Firefox und dann sehe ich, wo ich vorher war. Nehmen wir zum Beispiel hier bei der Website, unserer Website auf YouTube. So wäre das. Und jetzt ist die Frage, ist das praktisch? Ist so eine Sprungliste praktisch? Die Sprungliste ist in dem Fall praktisch, wenn ihr gerade auf einer Website war. Das wird ja dynamisch aktualisiert, wenn ihr da gerade drauf wart. Und ihr wollt schnell wieder dahin. Dann müsst ihr euch das nicht aus dem Verlauf heraus suchen, sondern könnt mit dieser Sprungliste eben sofort dahin springen. Und das macht die Sache nützlich. Dann ist es aber so, dass wenn eben eine Sprungliste dynamisch funktioniert, wie in diesem Fall, dann aktualisiert sich das ja ständig. So, und wenn ihr jetzt aber auf einer Seite bleiben wollt, nehmen wir mal jetzt die vom Dallow Riot, dann pinnt ihr die an und dann verschwindet sie auch nicht, wenn die anderen sich durchaktualisiert haben. Das heißt, die werden eben nach und nach verschwinden und die bleibt dann drauf. Das ist ziemlich praktisch, geht bei Applications auch mit Dokumenten. Und so könnt ihr halt über die Taskleiste und die Sprunglisten euren Workflow verbessern. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich dieses Symbol. Das ist die Taskansicht, also die Schaltfläche für die Taskansicht. Ich rufe die mal auf. Und da seht ihr, dass es jetzt in der Vergangenheit passiert. Ich habe jetzt diese entweder Webseiten aufgeschlagen oder an bestimmten Applications gearbeitet. Und wenn ihr auf diese Dinge draufklickt, dann kommen wir wieder dahin, wo wir waren. Nehmen wir hier. Witzweise diese Webseite. Oder Nehmen wir das. Ihr landet bei der Webseite. Ihr landet bei der Webseite, die ihr euch vorher angeschaut habt. Und das ist deshalb nützlich, weil ihr hier quasi einen Verlauf eurer Arbeiten habt. Ihr könnt da jederzeit reinspringen, könnt da weitermachen, wo ihr aufgehört habt. Und könnt die natürlich auch rausnehmen. Angenommen, ich will das weghaben, entferne ich das. Und ja, dann habt ihr hier eben die Möglichkeit, in die Vergangenheit zurückzuspringen mit dieser Timeline. Und könnt dadurch an einem Punkt weitermachen, wo ihr vorher aufgehört habt. Und das ist halt auch sehr praktisch, weil man dann sich eine Suche erspart. Ihr wisst, ich habe vor zwei Tagen an einem Dokument gearbeitet. Geht in die Timeline, holt euch das Ding zurück. Finde ich sehr praktisch. Geht mit dieser Schaltfläche. Gut, dann was ist das Ding hier? Das ist Cortana. Die meisten von euch kennen das schon. Das ist halt eine Spracheingabe. Hier sind einige Informationen, die hilfreich sein könnten. Machen wir eine neue. Was gibt es denn heute im Fernsehen? So, und was macht Cortana? Macht uns die Suchmaschine auf und wir finden dann, was gerade heute im Fernsehen läuft. Oder eine andere Variante wäre, wie wird das Wetter? Aktuell ist es größtenteils sonnig bei 11 Grad. Super, also unheimlich nützlich. Ich stehe ja solchen Spielereien immer ein bisschen skeptisch gegenüber. Aber es schon kann durchaus eine Unterstützung sein, sehe ich ein. Hier habt ihr die Sucheingabe. Da können wir dann uns auch nochmal, weil die ziemlich viele Funktionen hat, vielleicht nochmal gesondert mit beschäftigen. So, das haben wir uns jetzt angeschaut. Jetzt können wir nochmal auf diesen Bereich zurückkommen. Der Start-Button. Wenn ihr da mit der rechten Maus raufklickt, habt ihr ein Kontextmenü. Und das sind auch nochmal wichtige Funktionen, die ihr dann abrufen könnt, zu den Teilen, was man genau mit dem Taskmanager alles so machen kann. Kommen wir vielleicht später noch. Für euch ist jetzt nur wichtig, das sind auch nochmal Dinge, die Windows zumindest wichtig findet, auf die man schnell zugreifen können sollte. Und das findet ihr eben auf dem Start-Button mit dem rechten Mausklick. Gut, dann möchte ich noch dazu kommen, was das Info-Center bzw. der Info-Bereich ist. Das ist nämlich diese rechte Seite hier. Und das erfreut sich großer Beliebtheit. Man kann hier eine schöne Funktionalität herstellen. Allerdings ist das Problem, dass sich immer mehr Applications hier unten einlisten. Wie strukturieren wir das Ganze? Indem ihr auf die rechte, also ihr geht auf die Tastleiste, Tasteinstellungen, Tasteisteneinstellungen. Dann habt ihr hier diesen Reiter Info-Bereich. Und jetzt könnt ihr hier einstellen, welche Dinge ihr gerne hättet. Ihr seht zum Beispiel jetzt hier den Lautstärke-Bereich. Könnt ihr ein- oder ausschalten oder das Mikrofon. Ja, ganz klar. Das heißt, ihr habt schnellen Zugriff auf diese Funktion, ob ihr eine Uhr braucht, ob ihr beispielsweise, was gibt es noch Feines, ob ihr den Task Manager da unten braucht. Und das funktioniert natürlich nur, wenn er anders. Ich kann ihn ja mal anschalten. Also jetzt seht ihr ihn nicht. Aber wenn ich den aktiviere, dann seht ihr unten das Symbol für den Task Manager. Ja, das müsst ihr alles selbst für euch herausfinden, was da wichtig ist oder nicht. Ihr könnt außerdem diesen sogenannten Überlauf-Bereich frei nach Gusto wählen. Das ist jetzt also die Tastleiste hier ist voll oder der Info-Bereich ist voll. Und jetzt könnt ihr, sagen wir mal, den Kopfhörer wieder zurückziehen oder das Steam-Symbol könnt ihr zurückziehen hin und her, so wie es euch angenehm ist. Ja, und könnt euch das so einstellen, wie ihr es gerne hättet. Ja, und dann zum Schluss möchte ich euch noch das Info-Center zeigen. Was hat es damit auf sich? Also das Info-Center greift einen Aspekt auf, der in den vorigen Windows-Versionen ein bisschen heikel war. Also gerade jetzt bei Windows 7 erinnere ich mich daran, dass dann mal, wenn es eine Nachricht vom System gab, ging hier so eine Blase auf. Und manchmal hat man auch was gemacht und es gab eine Nachricht und dann dachte man, da war doch gerade was. Aber was war dann jetzt eigentlich die System-Nachricht? Und das Problem wird eben mit diesem Info-Center angegangen. Ihr habt hier die Nachrichten, die das System euch schickt und könnt sicher sein, dass ihr dann keine Nachricht mehr verpasst. Das ist eigentlich die Grundidee von diesem Info-Center. Und könnt euch die dann angucken. Zum Beispiel hier Media-Add-on für Fotos installiert. Guckt euch genau an, was jetzt da gelaufen ist. Und könnt dann sicher sein, dass ihr nichts mehr verpasst. Ihr habt dann außerdem hier unten noch so ein paar Kacheln. Nehmen wir jetzt mal beispielsweise den Nachtmodus. Wenn ich den einschalte, verändert sich die Farbtemperatur meines Monitors und so weiter und so fort. Was es hier unten alles gibt, vielleicht mache ich dazu nochmal ein Special-Tutorial, weil es ist ziemlich umfangreich. Aber mir geht es ja in diesem Basic-Tutorial erstmal darum, dass ihr überhaupt wisst, was es damit auf sich hat. Auch das Ding könnt ihr ein- oder ausblenden lassen. Und zwar nehmen wir mal das. Alles einschalten, alles ausschalten, was die Symbole grundsätzlich betrifft. Und im zweiten, also hier System-Symbole, könnt ihr ebenfalls sagen, das soll alles weg oder alles an, wie ihr es euch wünscht. Und dann sind die System-Symbole verschwunden. Und wenn ich hier noch raufgehe, klack, Steam noch wegschalte, dann seht ihr, ist hier unten blank. Ihr könnt hier dann immer noch aus diesem Überlaufbereich bestimmte Dinge, nehmen wir mal zu Steam, anwählen. Insofern ganz praktisch. Das heißt, Windows bietet euch eine Menge Möglichkeiten, die Task-Leiste und den Infobereich so einzustellen, wie ihr es gerne hättet. Ja, und für den persönlichen Workflow, finde ich, ist das eine ziemlich nützliche Geschichte. Gut, dann soll es das für diese Runde gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr fandet das Video nützlich. Falls ja, lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, bye bye.